hallo meine lieben freunde und willkommen zu einem kleinen neuen video heute auf einen kleinen sonntag mal bei mercedes die jungen sterne da schauen wir uns doch gleich mal ein bisschen um was haben wir denn hier v8 biturbo und dann guten morgen was haben wir hier für kleine büller boots kleine amg bremse was ist das für ein ofen gle 63 jungen 84 gelaufen baujahr 17 für 59 steine das musst du auch wollen kleiner amg irgendwie das sind doch alles kisten ich weiß nicht also auf der autobahn macht er ja vielleicht spaß aber wenn du mit ihm ins parkhaus rein muss dann kriegst du aber schnappatmung kleine amg wer es mag der soll es sich holen aber ganz schön groß die bude das ist auch so ein also was ist das eigentlich was ist das eqb 250 das ding sieht aus also was ich auch nicht was soll das sein eqb wenn ich dieses was sind das für felgen alter das ist doch alles ja das ist für die aerodynamik und für wenig spritverbrauch was ist das junge sterne das ist doch so eine ehemühle alter oder na klar 38 steine naja gut wer es brauche warum nicht kann man machen eqb guten morgen was sage ich das ist alles weiß ich nicht ja ja irgendwie das musst du alles wollen obwohl ich sagen muss das sieht ganz cool aus mit diesen kleinen sternchen hier vorne im grill das haben sie cool gemacht das kann man ja nicht meckern aber so manche design sprachen von mercedes was sagt er denn zu diesem schmuckstück ich würde mercedes stern noch größer machen wir haben das geklaut vom lkw mit den sternchen sieht ja nicht schlecht aus aber was ist das für ein großer mercedes stern und diese front was soll das mit diesen e dingern ich weiß nicht das also wie will und kann nicht wie will und kann nicht ich kann mich damit nicht anfreunden ich sag's ja ganz ehrlich ich kann mich mit so einer scheiße nicht anfreunden ich meine wer es geil findet okay aber das ding sieht aus wie so eine aber sie auch nicht kaffeemaschine auf rädern ich weiß ja gut wäre es ja gut okay warum nicht hier kleiner kleine b klasse und das also das ist auch so ein thema ne gut es ist wieder alles eine kostenfrage aber ich muss euch jetzt mal was zeigen das hier bin ich das hier hier hast du so schöne was ist das hier eine c klasse 300 t richtig schön led laser licht kolben licht junge balladier alles außer verdauung und wenn du dann kein richtiges kroll oder hier led performance richtig fette scheiße und dann siehst du hier irgendwo warte mal muss mal gucken ich glaube hier und dann ja was wollen sind für licht haben ja ist mir egal ob es leuchtet ja gut dann kriegen sie die sind das leds ja gut das sind leds aber sieht so komisch aus weiß ich auch nicht das muss so ein bisschen muss das so ein bisschen schick aussehen das sieht irgendwie aus wie ich will und kann nicht oder oder halogenlampen irgendwo habe ich einen hier gesehen noch mit halogenlampen ey wir sind im jahre 2025 bald nur reicht halogen ist das er hier oder ist das auch led ist auch schon led sieht aus wie halogen aber ist led wow Mensch ich werde ich werde langsam verrückt das ist led sieht aus wie na gut ok wenn es led ist dann sage ich nichts aber halogen wer heute noch halogen verbaut in neuen dingen an sieht doch sowas von digital matrix light leckt mich am arsch alter der scheinwerfer kostet mehr wie weiß ich auch nicht das ganze auto sieht doch krank aus aber Junge halogen weiß ich nicht also hier auch der mercedes stern größer als alles andere die ganze hoch ist bald größer wie die ja ich fahr mercedes cool was haben wir hier glc 55 steine die farbe ist nicht schlecht aber also ich weiß auch nicht was das alles für eine komische diese felgen alleine was ist das hier 14 zoll alter reifen größer als alles andere hauptsache eko 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 was ist wenn ich das hier schon wieder sehe alter junge plastik was ist das für eine scheiße das kann doch keiner sauge fallen ey wo ist aber geile rohre ja es qualmt aber unten drunter weg ich hab hier ein püppel ding ist da hinten ach du scheiße ey freunde weiß ich nicht aber also hauptsache 200 bildschirme in dieser bude drinnen was ist das eigentlich für beschissener wind hier junge alte kleine benz flaggen sind aber richtig am ballern hier botte junge hier kleiner c klasse oder was das hier ist boah hast du geile was das denn jo das ist ja nur plastik jo also wer sich das einfallen lassen hat ne den müsste man eigentlich heute noch erschießen du denkst du hier kleine böller rohre und wenn es qualmt da qualmt es unten drunter weg also ich weiß auch nicht wie kann man so eine scheiße machen weiß ich nicht innen geht ja ab hier kleine bildschirme ja die felgen na gut ok muss man ja alles design und aerodynamik was haben wir hier eigentlich für einen ofen c 180 170 ps 43 steune na gut ok es braucht led na gut mit den kleinen sternchen oder was das hier sein soll das sieht ja nicht schlecht aus aber na gut ok aber jetzt haben wir hier noch einen kleinen kracher ich schwenke mal rüber mal gucken wer es erkennt ooooh ooooh amg ja was haben wir denn hier junge kleine ähm kleine schlitze aha was ist das denn hier na mal gucken was haben wir denn hier für einen ofen mal schauen mal schauen turbo turbo 4 medic und g a45 oh sorry ist ja der a35 was hat denn die möhre 306 ps automatik für 45 steune hm hm na gut na gut na gut ok aber für einen amg ne mit 300 ps was sind denn das für felgen na wie groß sind die denn ah 17 zoll das soll 19 zoll sein das sieht aus wie 16 zoll aber na gut ok 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 nehmen wir ja innen drinnen kleines display kleine betatschung na gut ist nicht schlecht aber ich würde erstmal andere felgen auf diese tonne ziehen weil was ist das eh ja hier großer spoiler hinten jawohl jawohl damit du auch bei 2,50m guten abtrieb hast A35 hinten Heckspoiler auch anballern kleine pimmelrohre aber ich glaube die sind noch ein Tuck kleiner wie bei unseren End vor facelift aber Hauptsache hinten erstmal einen dicken Spoiler drauf jawohl Farbe geht ja gut der wird auch nicht der wird auch nicht schlecht gehen die Karre ne aber diese felgen weiß ich auch nicht also das soll 19 zoll felgen sein weil wenn man so steht und so guckt ja was hast du auf deinem A35 drauf 19 zoll was die aus wie 16 oder 17 aber na gut ok E450 ja das sind alles so Dinger ich weiß nicht an die früheren kommen sie nicht mehr ran ne wenn man so die früheren so die E-Klasse oder C-Klasse das sieht heute alles so ja gut das ist alles Geschmackssache ne aber irgendwie ich weiß auch nicht ey was hat denn die Karre 450 367 PS ach du heilige Maria mit hier kleinen Wurzelholzoptik na du heilige da kann aber Opa Hansi drauf treten und spürt den Druck Mensch 367 PS und was fühlen wir hier außer Plastik nichts gewesen na gut Freunde das war mal ein kleiner Besuch bei Mercedes-Benz Beinecke wir haben ein paar kleine Böller Kisten am Start aber na gut ich bleib lieber bei Hyundai B180 in weiß ja das ist irgendwie ich weiß nicht also diese Felgen das ist überhaupt nicht mal mein Fall und diese ganze E was ist das denn hier eigentlich ey LED High Performance naja Mercedes-Benz EQA ja ja 40.000 hm ich weiß nicht diese ganze E-Kram ey weiß ich auch nicht was haben wir denn hier schönes ja einen dicken ne dicke G-Klasse das ist doch ein Mercedes jawoll jawoll Kotflügel breiter als alles andere man sieht gar nichts im Video ja ja gut Freunde also wenn ich entscheiden müsste tauschen würde ich hier gar keinen gegen mein i30 hier würde ich vielleicht mal gern Probe fahren aber alles andere von dieser ganzen E-Scheiße nein danke ich bleib beim Verbrenner in dem Sinne macht's gut und bleibt gesund und fahrt vorsichtig auf Wiedersehen und